Donald Trump hat's geschafft und präsentiert der begeisterten Anhängerschaft endlich sein Herzenswerk. Die Mauer nach Mexiko. Keiner der Nachbarn wird je diese Mauer überwinden und einfach in die gelobten Staaten kommen. Absolut unüberwindbar, meint der Präsident. Doch ihm fehlt wohl die Umsicht. Er würde sonst erkennen, seine Mauer ist nicht großartig, sondern gnadenlos unnütz. Dieser Clip entstammt nicht Trumps Marketingabteilung, sondern die Mauereinweihung kommt daher als alternativer Fakt in Werbeform für eine 360-Grad-Kamera. Ob 360 Fly Trumps Horizont schließlich doch noch erweitern wird? Wahrscheinlicher ist wohl, dass der US-Präsident bald die Mauer einweiht.